Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge Overcooked 2 Ja Ja 1500 Äh Grusig Wäh? Ist das das Final oder was? Äh Köche! Könnt ihr mich hören? Die Unbroten trampeln in die Hore nieder! Wir brauchen euch jetzt! Kommt schnell zurück zum Schloss meine Freunde! Äh Ähm Aber 1500 halt Ja 1500? Ist das jetzt das Final? Ich weiss es nicht Es sieht ganz nah aus Gerade noch rechtzeitig Die Unbroten scheinen fest ins Schloss zu sein, das Schloss einzunehmen Ihr müsst um euer Leben kochen, um ihren Wegen etwas Warmes zukommen lassen Ich kann nicht reden Ihr habt die Fähigkeit, die Rezepte und die perfekte Koordination dafür Nein So gar nicht Kocht sie in Grund und Boden Oh je Im Namen des Zwiebelrechts Ho 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 Küchenkampf Was für Küchenkampf? Wir müssen kochen und sie fressen, das ist kein Fährenkampf Ja ich möchte die Zeiten wechseln Äh Salat Tomaten Ja wo ist die Stuff da? Besser ist Äh Toma Müssen wir das kochen? Nein, müssen wir nicht einmal auf einen Teller klatschen hier Wo kann ich abgeben? Wie komme ich dorthin? Das ist eine gute Frage Kann ich auf einen Knopf drücken? Ah ja Ja Ich finde dumm Äh Kannst du das einfach auf den Tower Club Äh Was? Wie lange geht denn diese Mission? Ja Ich habe richtig viel Lust hier zu holen Ähm Ja mach, drück Knopf Drück Knopf Ähm Sushi Wo ist Sushi? Ähm Ich mache Fisch Ich mache Shrimp Und auf die Zange erscheissen wir einfach, finde ich gut Ähm Wo ist das Teller? Haben wir das Teller? Kannst du mir das? Ja, schaffst du es? Ja, mach doch selber Okay Ähm Ähm Rieskochen Ähm, ja No, ich habe es aber richtig gechillt Ich habe das Oben Ähm Das ist sicher Ja Der ist zu Niemals Okay, dann mach du das da oben fertig Ähm Uh Fisch Kannst du mir was da fischen? Ich mache Tomaten mit Teigwaren. Ich mache Hühnchen. Was sind Teigwaren? Junge, der Schissfeuer, Alter. Ich brauche eins noch nicht mehr als Genre. Wow, ich habe ihn einfach scant. Was muss ich mit der Tomaten machen? In die Pfanne? Geschnitten und in die Pfanne. Aber sie ist geschnitten und kommen nicht in die Pfanne. Und sie sind beide zusammen. Ich kann sie nicht in die Pfanne kommen. Ich habe vergessen, wie ich Teigwaren mache. Sind beide zusammen? Nein, muss ich nicht. Es geht doch. Achtung! Besser ist es, Alter. Es ist nicht gegangen. Die einen Tomaten sind verboten, Eva. Chillig, chillig. Wir machen das mit Shrimp und Fisch. Die Drecksdürren, die die ganze Zeit zugehen. Das macht ihn richtig aggressiv. Es ist ein Schnittduch, oder? Was? Was willst du? Nichts, nichts. Äh, Teigwaren haben wir hier. Einen Teller. Oh, ich schaue, dass nichts abwackelt. Gut. Gut. Slop. Bewege deine Roboterarm. Äh, Burger... Nein, ich mache den ersten Burger. Okay. Äh, Käse brauche ich nur. Lecker Tower, oder? Äh... Äh... Kannst du mir nicht jetzt mal Bodyslam geben? Doch, das muss ich. Das gehört dazu. Warte, Miner, ich muss zuerst verkaufen. Ja, ja, wir schaffen das. Äh, Salat ist schon. Fleisch... Tomaten habe ich auch. Ja, und Brötchen. Und Tauer. Tauer, aber... Hey, hol der Tauer. Tauer. Hey, save das Fleisch. Ja, das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Wie warst du? Wie warst du? Ja... Ja... Ich sehe das nicht ein, Ben. Nee, ich gebe das an. Hey... Ich sehe nichts. Ich sehe halt auch nichts. Und Brot, ergeben mich. Ich mache den ersten. Okay, ich mache den zweiten. Wo kommt der rein? Wo ist der eins? Wo sind die Kochtöpfe? Ich komme hinterher. Alter. Belastend. Ähm... Ähm... Abgehen brauche ich noch. Was brauche ich noch? Fleisch? Hilfe. Wo kann ich schneiden? Nein, ich bin rausgetappt. Hilfe. Nicht gut. Kann jemand zu... Kannst du zu riskieren? Bede... Wäre noch so wichtig. Safe. Super. Ähm... Was hast du abgeholt? Das Richtige. Jungen, kannst du mich abführen? Nein. Der ist Stress. Ähm... Ich mache den ersten wieder. Ähm... Okay. Okay. Ich versuche zuerst zu. Wo können wir grillen? Wo haben wir grillen? Wo haben wir grillen? Haben wir irgendwo eine Pfanne? Da unten ist voll dick. Wo? Äh... Äh... Wo haben wir eine Pfanne? Ja, keine Ahnung. Aber... Hä? Ach... Oh nein... Oh nein, ich muss zu spät, dass ich den Mixer holen... Begriffen. Ich war gerade arg los, oder? Okay, go. Du hast mich einfach wieder durchgestossen. Hehehehe. Hehehehe. Ja, wenn du immer in meinem Weg kommst. Junge! Wieso machst du das die ganze Zeit? Ich habe dir nichts gemacht. Du stossst mich einfach in die Küche rum. Doch, eben schon. Äh... Wo ist Steig? Wo nimmst Steig? Ja, für ein bisschen... Da! Oh, ganz oben! Dort? Ja... Äh... Stimmt, das muss ich jetzt da noch reinholen. Ich bin schon lange nicht mehr so los gewesen. Ja, same. Ja, aber ich war einfach mein, mein Lutz gewesen. Aber ich hatte den Stress die ganze Zeit. Äh... Was machst du? Die erste oder die zweite? Oder die beiden? Die beiden? Gibt es heute Tomaten? Oder auch die? Äh... Nee, du weißt schon. Ich kann dir einen Wursch geben. Ich muss mir die herschneiden. Wursch. Nicht oben! Wo bist du? Links! Ich bin offen. Äh... Teil. Sorry. Ich nehme die hier rechts. Okay. Längst noch. Fingern wir es raus? Weg! 1389! Äh... Und noch 5 Minuten. Easy! Ja, aber wir dürfen halt nicht das Minus kassieren, gell? Aber wir müssen den U-Broten überlegen. Junge! Ich komme da nicht durch! Junge! Ich komme nicht zu der Eir! Ich komme nicht zu der Eir! Wie hast du das so schön gemacht? Ich mache den Teller. Ich habe gemerkt, dass du das nicht schaffst, Alter. Junge, aber ich komme mir noch so vor, als würde ich einfach mal flügelten. Ich mache den Teller. Ich mache den Teller. Ich schneide dir Honig. Ja, mit der Andere. Junge, aber was ist das gerade? Weg! Ich gebe hier! Ja, der Schock einfach durch das Portal geworfen. Okay, dann gib mir das nicht. Honig? Ja. Ist gemacht? Was brauchst du? Panic und Shoki brauchst du noch Schoki. W Turut brauchst du noch einen Aber bist du überall dran? Keine Ahnung... Ich habe dir alles noch Eichen geworfen. Mit 10 musst du noch Schokolade packen. Und Rüeble und Honig jetzt anderen. Ja, ich brauche erst mal den Topf. Mit 10 musst du selber holen. Ich gebe das mit Schokolade ab. Ja, ich habe den Honig schon geschnitten. Aber ich brauche eine Rüeble, die habe ich auch schon. Ja. Das reicht aber nicht. Es ist auch noch etwas, ey. Ja, das reicht nicht. Das ist RIP. RIP in den Chat. Rest in peace für deinen gefallenen Bruder. Oh, minus 4000. Aha, wir sind einfach resettet. Da bekommen wir dafür jetzt mehr Trinkgeld. Ja, mach. Du hast Zeit. Böööö. 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 Bööööö. Bööööö. Böööö. der Köche. Wieder einmal habt ihr durch eurer Zusammenarbeit unser Reich gerettet. Und seid ihr die Unbroten abgefüt... Abgefüttert. Ja, aber der ganze Satz. Und seid ihr die... Genau. Soviel dazu. Einfach überspringen. Wir alle schulden euch Dank. Das war's mit Overcooked 2. Vielleicht gibt es noch ab und zu ein, vielleicht wird es noch ein, zwei Folgen geben. Versus oder so etwas. Wir sind uns da noch nicht sicher. Aber das war's auf jeden Fall mal vorerst mit Overcooked. Mit dem Story Mode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschau.